UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Hanna, ganz ehrlich, ich dachte, du wärst schon ein bisschen weiter. Ich bin doch extra zur Flo gezogen, damit du hier in Ruhe packen kannst. Ich weiß einfach nicht, was sie aufheben, sonst was weg kann. Ich schmeiß doch einfach alles weg. Die Wohnung ist der Hammer. Ich zieh einfach mit, Alter. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Hi! Das ist Anna. Hanna! Läuft da was zwischen euch? Ich muss mich verarschen, das ist eine Rolle. Ich hab ihn auch noch im Examen. Können Sie die Musik vielleicht ein bisschen leiser machen? Wir wollen uns nur ein bisschen entspannen. Mann, schieß dich ab! Hanna, hörst du nicht weiter Prüfung? Danke. Ich hab den Job. Na gut. Ich hab mir das anders vorgestellt. Wir haben noch überhaupt keine Ahnung, ob das miteinander klappt. Hanna wird erst mal weiter arbeiten und ich bleib zu Hause. Dann zieht ihr weg? Nein, ich werde erst mal pendeln. Wie die Spülmaschine geht, weißt du? Ich meinst du's ernst? Freitag? Meine Chef ist leider nicht. Dann bin ich nicht da. Ich hab mich drauf verlassen. Captain, wir vermissen Sie und wir hoffen, dass Sie bald und unbeschadet zurückkehren. Ist es jetzt hip und angeseinigt, Mutter zu spielen? Du bist nur ein Arschloch. Du hast dich immer beschwert, dass ich nie da bin und jetzt... Hier hast du überhaupt keinen Platz für mich. Es ist schon komisch, wie wir hier alle Erinnerungen wegstreichen. Mit Fall ? Du bist nur ein Arschloch. Du hast dich immer wieder aufgerufen. Du hast dich immer noch als Arschloch. Du hast dich immer wieder aufgerufen. Vielen Dank.